Sehe ich gut aus? Sehe ich gut aus? Oh, ich sehe so gut aus. Mmh, yeah. Ich gucke euch mal. Nein, ich gucke mich ja nicht. Ich sehe viel besser aus als ich. Mmh, mmh, mmh. Jo, eure übelste Interaktivitätsfähigkeit ist gefragt. Ihr seid ja total talentiert, hier Kommentare zu schreiben auf dem Kanal. Folgendes Szenario, wir haben das aktuelle Feedback Nummer 20 eigentlich schon abgedreht mit anderen Leuten, die letzte Woche hier waren. Übelst cool. Allerdings kommt jetzt dieses Wochenende noch ein Mädel. Das kommt extra das Mädel, Alter. Sie kommt extra hierher, um krass Video mit uns zu machen. Was das ist, ist übelst top secret. Und es wäre natürlich übelst awesome, wenn sie halt auch ein Feedback wäre. Deswegen wäre es geil, wenn ihr unter diesem Video noch zahlreiche Kommentare runterhauen könnt, damit wir nochmal ein extra Feedback quasi und das dann zusammenschneiden. Und dann wird das ganz toll. Und ihr seid total, mmh, mmh, oh und so. Jo, und das wird gut. Dann schneiden wir das einfach zusammen, ich. Und dann wird das ganz toll. Also nochmal übelst kreative, lustige, tolle Fragen. Und das Video ist vielleicht the last of us oder so. Vielleicht habt ihr ja da die ein oder andere Frage. Eventuell. Mir ist egal, ne. Oh, ich sehe so gut aus. Oh, guck mal, wie ich gut am Aussehen bin. Oh, und diese Hut erst. Gut, gern.